Dass wir uns alle nächstes Jahr wiedersehen und dass wir dann wieder so ein spannendes, abwechslreiches und interessantes Film bekommen. Und dann sage ich, jetzt ist es leider vorbei. Aber alle Gewinnerfilme werden morgen nochmal gezeigt. Wer also irgendwas nicht gesehen hat oder was nochmal sehen will, der kann gerne kommen und sich die hier morgen im Gymnasium angucken. Und ich sehe, wie sage ich, das war's. Und bis nächstes Jahr. Und noch ein schönes Reißboschner. Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, danke. Das hätte ich mal vergessen, den ich da angehört. Der Kollege Holger Krüle kommt bitte auch mal nach vorne. Weil ich habe die Show ja schon angeführt. Der Kollege Holger Krüle, da ist das wieder an. Aber auch die Leute, die in der Fettkommission, 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 an die Fettkommission. Das brauche ich eigentlich nicht. Vielen Dank auch für das große Interesse. Es war ja auch eine wunderbare Nachbereitung. Und die haben ja auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch gefühlt habe, die Schüler hatten ein großes Interesse daran. Und wir haben so viel zu finden, sehr gerne hier. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.